Hallo und herzlich willkommen zu SchuhpassionTV. Heute mit einem Video, das den Unterschied erklärt zwischen Derby und Oxford. Im Zusammenhang mit Schuhen ist oft die Rede von Oxford und Derby. Doch was ist eigentlich ein Derby? Was sind die Unterschiede? Für den Einstieg zeige ich gerne einmal beide klassischen Schuhmodelle direkt in die Kamera. Kann man den Unterschied sehen? Ich denke, wenn man genau hinschaut, sieht man es. Rechts der Derby, links der Oxford. Der Derby charakterisiert durch die beiden aufliegenden Seitenquartiere, die die Schnürung tragen. Beim Oxford die geschlossene Schnürung, der Blattschnitt. Um das nochmal klar zu sagen, die Unterscheidung beim Derby die offene Schnürung, beim Oxford die geschlossene Schnürung. Das hat nichts damit zu tun, ob jetzt hier eine Schleife gebunden ist und einen Knoten gemacht ist, sondern einzig und allein die aufgenähten Quartiere und der geschlossene Blattschnitt. Der Oxford ist von beiden Modellen das historisch ältere Modell. Der Legende nach waren es die Studenten der Oxford Universität in England, die Mitte des 19. Jahrhunderts den Oxford Schuh für sich entdeckten, um ihren Stil zum Ausdruck zu bringen. Bis dahin in der Herrenmode vorherrschend Stiefel. Jetzt hier ein Halbschuhmodell. Geschlossen, elegant, edel. Dieses Schuhmodell ist auch in der heutigen Zeit immer noch so charakterisiert, dass man für den formellen Anlass, für die Hochzeit, für den Besuch des Opernhauses ein Oxford Schuh bevorzugen sollte. Es ist halt so, er wirkt halt aus einem Guss, er wirkt formeller, er wirkt strenger. Wenn man dagegen den Derby betrachtet, dann wirkt er ein wenig, man sagt gemeinhin, sportlich. Wobei sportlich verstehen wir mittlerweile darunter einen Sneaker. Aber es ist schon so. Im Vergleich dazu, der geschlossene Blattschnitt, die aufliegenden Quartiere, es ist ein bisschen, ein wenig Unruhe darin. Nur hat es halt einen entscheidenden Vorteil und das kam halt Ende des 19. Jahrhunderts. In der Grafschaft Derby in England hat dieser Schuh seinen Ursprung. Der Legende nach war es so gewesen, dass dort ein beleibter der Lord, der Lord Derby, in seine Schuhe nicht so richtig reinkam. Er bat seinen Schuhmacher darum, irgendetwas daran zu ändern. Und er änderte etwas daran. Er erfand den Derby-Riegel, die Möglichkeit, dass die Schnürung durch die aufgenähten Seitenquartiere getragen wird. Es ermöglicht ganz einfach den unglaublichen Vorteil, dass man den Einstieg leichter hinbekommt. Man kann die Weiten, man kann sie auseinanderziehen. Und dann kommt man ohne Probleme rein. Vom Prinzip her kann man dementsprechend auch festhalten, dass der Derby der Schuh ist für Herren und Damen mit einem höheren, erhöhten Spann. Wenn man halt feststellt bei sich, dass ein Oxford in der Schnürung hier ein sehr krass offenes V macht und hier Schmerzen verursacht, dann kann man meist keinen Oxford tragen und greift auf das Derby-Modell zurück. Der Derby indes ist von seiner Charakteristik her eher dem Freizeitbereich vorgehalten, nach traditionellen Vorstellungen. Natürlich leben wir nicht mehr in der Monarchie und schaut heute niemand so genau drauf. Erlaubt ist, was gefällt. So weit möchte ich vielleicht nicht gehen. Aber der Derby passt wunderbar zur Jeans zum Anzug, ebenso wie der Oxford. Aber der Oxford, gerade dann auch noch in der Ausführung des Capto-Oxfords, sprich mit der aufgesetzten Kappe hier vorne, ist eigentlich das universelle Allzweck-Modell, was für viele, viele Anlässe passt. Der Derby hingegen, ganz gerne in Braun, dann wirklich zur Blue Jeans für den Freizeitbereich ist man damit sehr, sehr gut aufgestellt. Ich hoffe, der Unterschied zwischen Derby und Oxford kam zum Ausdruck und das Video hat euch soweit Freude bereitet. Dann gerne einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abonnement unseres Kanals. Dort gibt es weitere interessante Videos aus der Welt der Schuhe. Vielen Dank. Vielen Dank.